Mit E5 in den Sommer. Heute, was ist das Klima-Ticket Now? Für alle, die sich aktiv am Klimaschutz beteiligen und den öffentlichen Verkehr forcieren möchten, gibt es ab 26. Oktober das Klima-Ticket Now. Das Klima-Ticket Now ermöglicht es, jeden Linienverkehr in einem bestimmten Gebiet zu nutzen. Regional, überregional und österreichweit mit nur einem Ticket. Davon ausgenommen sind derzeit noch Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Hier ist zwar der Fernverkehr im Ticket inbegriffen, nicht aber der Regionalverkehr. Heißt kurzum, mit dem Railjet von Graz nach Wien, hier gilt das Klima-Ticket. Die Wiener U-Bahn ist aber beispielsweise nicht im Ticket inbegriffen. Das Klima-Ticket soll in Zukunft aber natürlich im Optimalfall für alle Verkehrsmittel in ganz Österreich gelten. Das Klima-Ticket Now kostet für Frühbucher zwischen 949 und 1059 Euro, je nach Bedarf. Haltet hierfür gerne das Video an und werft einen Blick auf die Tabelle. Das Klima-Ticket Now erhaltet ihr ab dem 1. Oktober online oder direkt bei den Vertriebsstellen aller Partnerbetriebe. Es gilt ab einem frei wählbaren Datum, frühestens aber ab dem 26. Oktober. Nähere Informationen findet ihr in den Links unterhalb des Videos. Danke fürs Zuhören und bis bald, euer E5-Team Steiermark.